Insgesamt ist es so, dass wir zwar vom Bund jetzt noch nicht die Hilfe bekommen, die wir benötigen, aber auf Landesebene, vom Landrat angefangen bis zu unseren eigenen Beschaffungsinstitutionen, die wir hier vor Ort haben, arbeiten alle 24 Stunden rund um die Uhr, um hier uns zu unterstützen. Aktuell sind unsere Mitarbeiter geschützt und wir hoffen auch, dass es die nächsten Tage so bleiben wird. Wir haben eine Handvoll Mitarbeiter, die positiv auf Corona und Covid-19 getestet wurden, aber keiner, der ernsthaft schwer erkrankt ist bis jetzt. Unsere Intensivkapazität war in Nürtingen erschöpft zu diesem Zeitpunkt und da wir Dringungsplätze auch für weitere Notfallpatienten, auch zum Beispiel Verschlaganfall, Herzinfarkten etc. benötigen, wurden die Patienten in Rücksprache mit den anderen Kliniken verlegt. Einer davon ist auch nach Tübingen verbracht worden und die anderen beiden ins Klinikum Esslingen. Also wir haben versucht, möglichst früh die Patientenströme zu trennen auf potenziell infektiöse Patienten und Patienten, die nicht infektiös sind. Hierfür haben wir eine neue Notaufnahme eingerichtet, die separiert ist, einen eigenen Eingang hat für die infektiösen Patienten und die nicht infektiösen Patienten kommen über die normale Notaufnahme. Die Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen, werden bereits im Rettungsmittel gesichtet durch einen Sichtungsarzt, der dann darüber entscheidet, ob die Patienten potenziell infektiös sind oder nicht und auch die Schwere der Erkrankung bereits einschätzen kann, um die weiteren Prozesse vorzugeben. Wir haben Räume, die normalerweise für das Patientenservicezentrum genutzt werden, umgestaltet und haben ein Zelt innerhalb dieses Bereiches aufgestellt, sodass eine Trennung vom Rest des Krankenhauses möglich ist und dort werden dann die Patienten aufgenommen, untersucht, behandelt und dann gegebenenfalls auch wieder entlassen oder stationär aufgenommen. Wir hatten in der Anfangsphase als Akutlösung eine mobile Arztpraxis, sodass die am Anfang noch relativ geringen Besuchermengen außerhalb des Krankenhauses behandelt werden konnten in dieser mobilen Arztpraxis. Also es ist sicherlich eine Zeit, wo viel Belastung herrscht, aber es ist auch eine Zeit, wo ich sehr viel konstruktiven Stress erlebe. Also die Abteilungen rücken alle näher zusammen und plötzlich arbeiten Leute Hand in Hand und Hierarchien fallen, was früher nicht gegeben hätte. Also wir haben in der neu generierten Notaufnahme für die Covid-Patienten sechs abgeschlossene Behandlungsräume. Wir haben einen Sichtungsarzt, der im Eingangsbereich sichtet und wir haben auch einen Bereich, wo quasi geschützt die Abstriche vorgenommen werden können für die Patienten, die nicht aufgenommen werden müssen, sondern nur abgestrichen. Wir haben im Krankenhaus Nürtingen insgesamt 18 Beatmungsplätze auf der Intensivstation.